Musik 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 Dort entdeckte ich einen ersten Beser in den Museumskurator, der das A1 einnimmt. Er hat es durch eine offene Beserung genommen. Mehr wusste ich auch nicht. Ich habe gesehen, dass ich eine Buchenfrau früher gemacht habe. Das hat mich erst fotografiert und hat mich untergenommen. Dann habe ich mit meinem Vater ein Altersheim geführt. Wir haben gefragt, ob wir nicht mit dem Bild herumgehen können. Wir haben gefragt, wer genau ist und wer genau kommt. Und wie das gemacht wurde. Zusätzlich habe ich alle Leute, die mich besucht haben, weil es viele ältere Leute waren, die ein traditionelles Herndirken ausgeliebt haben, haben alle gefragt, ob sie das kennen. Aber ich bin dann noch nicht auf eine Spur gekommen, wo man sagen konnte, wie das genau geht. Und danach bin ich per Zufall auf Max Stein noch mit seinem Film getroffen. Mit dem Film habe ich herausgefunden, wie es funktioniert. Und er hat es mir dann noch genau gezeigt. Zum Beispiel der Kopfflecht aus Wattwil. Da habe ich mir gesehen, dass früher noch eine Frau mit diesen Besern kam. Und sie hat das immer als Weizenbesern gebraucht. Und dann habe ich gedacht, er hat mir gesagt, wir müssen es auf den Besern. Und er sagt, wir haben jetzt das Weizenbesern. Und das finde ich interessant, dass man es für alles ein wenig braucht. Und die Frau Ruetz, ihre Mutter, die diese Besern gemacht hat, und sie haben es einfach als Besern gebraucht. Also einfach gepückt und die Besern leben mit dem. Und das ist eigentlich noch interessant. Also, es ist so ein Allzweck. Besern muss man es für alles gebraucht. Einfach von dem, was man es jetzt bei dem Besern gebraucht hat. Das finde ich noch etwas Schönes gefunden. Und das ist natürlich wichtig. Ich finde, immer schön etwas von der Basis zu lernen. Und dann weiterentwickeln. Aber dass man die Basis kennt, das finde ich auch noch etwas Megaschönes. Also, wenn wir heute hier wohnen, ist es wie so. Also, es hat alles sauber. Vieles war es früher noch um den Herdummen mit dem Haus. Und dadurch, dass man es auch nicht mehr braucht. Also, es kann so einen Zweck nicht mehr erfüllen. Aber da finde ich auch so etwas, etwas haben. Es ist mega interessant. Und dann eben überlegen, was man damit machen kann. Wo kann man es heute wieder brauchen? Aber man muss halt die Augen offen haben. Und ja, so Sachen haben halt auch. Manchmal sind Sachen gleich. Man läuft auch so etwas an. Und dann denkt man halt. Aber dann ist es auf einmal logisch. Was kann man mit so etwas machen, was funktioniert. Weil es ist eigentlich wirklich ein mega schöner Vorgang. So wie man die knüpft. Und dass man solche Sachen auch kann. Ich glaube, da könnte man auch mal in einer Schule, im Handwerk oder so. Da könnte man so etwas auch wie brauchen. Also nur so verschiedene Techniken von Knöpfen sind eigentlich. Und das kann man ja wirklich behalten und auflisten. Und dann vielleicht finden, dass man jemand anders in dem nutzen. Und aus einem anderen Material noch etwas Neues zu kriegen. Und es braucht einen Ort, wo man dann halt auch wieder zusammenkommt. Und es muss ja eine eigene Initiative finden, woher kommt. Dass man das will. Und auch, dass man es überhaupt entdeckt. Dass wenn man so etwas entdeckt, dass man dann halt... Also dann macht man dann eh automatisch. Wenn man so etwas entdeckt, dann geht man dann nach. Und dann findet man ja oftmals Leute, die auch so etwas suchen oder schon gefunden haben. Ich will nicht eine Geschichte hinter der Tradition untersuchen, sondern einen Mehrwert durch ein Handwerk. Dann habe ich immer Recherchen gemacht, bei den Betrieben zu besuchen. Und dann habe ich eigentlich nach einem Bewertungsinstellten, wie das Handwerk oder die Industrie bewertet. Also, ob das Produkt interessant ist für mich. Also für Materialien, ob die interessant sind. Und dann können die Recherchen sagen immer, was interessant ist. Oder was ich für mich brauchen könnte. Man darf das auch ein bisschen hinterfragen. Sonst bleibt die Handwerk am Punkt stehen, wo man halt einfach spätestens in 100 Jahren ist das weg. Und ich glaube, wenn man sich halt auch selber hinterfragt in seiner Arbeit. Und eben herauszufinden, wo ist es denn noch etwas, wo... Also, was ist jetzt wirklich wichtig und was kann man auch in 100 Jahren noch so machen. Dann ist ja gut, aber wir müssen weitermachen. Man kann nicht sagen, vor 100 Jahren haben wir es so gemacht, die 100 Jahre dürfen wir es auch so machen. Da finde ich es immer so schwierig, sich einfach zu sagen, es ist immer so gewesen, es wird immer so sein. Und da... Ja... Für mich stimmt das auch nicht. Ich habe eigentlich wie... da von aussen betrachtet, was ich mache. Und dann aber auch ganz klar ein Produkt bewertet, was kommt da raus. Jetzt mache ich mir etwa 20 Büsche. Wie nach dem, wie das Material ist. Und... Ja... Ich merke es immer, dass es etwas klug ist. Also, mir ist es eigentlich gar nicht, das traditionelle Handwerk nur durch eine Tradition zu begründen, sondern durch einen objektiven Mehrwert im Produkt. Eigentlich wahrgibt, ein traditionelles Handwerk, etwas, das eine Industrie einfach nicht geben kann. Ausser genommen, dass es halt irgendwie Emotionen mitschwingen. Und das wollte ich dann auch untersuchen und dann aber wirklich fest mit dem objektiven Mehrwert schaffen. Ich finde halt... Ich kann nicht nur Geschichten erzählen. Ich darf Geschichten erzählen, aber es muss eben alles stimmen. Und die Qualitätsstimme, die Geschichten und halt auch das Design. Und wie man es macht, das spielt, dann sind alles zusammen. Ich finde, es ist nicht wichtiger oder weniger wichtig. So. 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 Jetzt hat es einen so schönen Gegenstand gefunden. Im Museum konnte man den Gegenstand nicht benutzen. Aber er hat es einfach sehr schön gefunden. Und auch, dass man da überhaupt was gemacht hat. Schliesslich konnte man das Ried zusammenbinden, wie man die riesigen Besen macht. Ich bin dann mit dem Arteriano in den Spiel gekommen, dadurch, dass ich diese Besen gekannt habe. Schweden hat dann viel zum Abwaschen. Ich weiss nicht, wieso mehr. Aber dort ist zum Beispiel Iris Hand ein Besenbinder. Das ist auch ein Blindenheim. Schweden, die sehr erfolgreich und sehr schöne Produkte machen. Dort verkaufen sie uns auch. Und wenn ich bei denen nicht optimal war, ist es wie ein Hypnostens. Es ist so ein wenig, also so oder so. Und da, als ich den Diamant gemacht habe, das war das Erste. Eigentlich, dass wir es so binden, das hat man dann eigentlich wenigstens auf. Und da gibt man dann eben den qualitativen Mehrwert, wo es einfach so sagt, ich kann es dann so halten und dann so anstellen. Weil bei denen irgendwie halt nicht gleich ist. Und da finde ich da, das ist halt ein Klinik und für mich ist dann sowieso, das funktioniert für mich. Es ist natürlich ein Produkt, das man irgendwie geben muss. Und die Geschichte ist dann auch gleichzeitig bei dem Produkt. Aber es passt gleich für solche Sachen zusammen. Und da geht dann auch. Ich habe mich eigentlich übrig getauft, weil eben die Technik, die der Mannsteiner mir zeigen hat, die kommt aus übrig. Und darum habe ich gefunden, dass er es als Rechts in den Namen trägt. Ich bin jetzt abends im Jahr 2016 in London gezogen, wegen der Praktikumsstelle bei Barber-Nossaui. Und jetzt bin ich kurz zurückgekommen von der Woche machen. Ich denke, nach diesen spätestens sechs Monaten... Also bin ich auch offen gewesen, um wieder zurückzukommen. Und jetzt ist es eigentlich mein richtiger Ort, gerade im Moment zum Leben. Und habe jetzt auch die Rechtsdarstellung bekommen. Und ich heisse, jetzt bleibe ich mal dabei. Ich habe einfach gar nicht in London gegangen. Und da habe ich auch gar nichts mitgenommen. Aber jetzt denke ich, wenn ich jetzt nächste Woche wieder gehe, würde ich auch ein Paar mitnehmen. Und wenn ich mal schauen kann, dass ich noch ein Paar machen kann, vor allem auch als Geschenk vor allem, dass ich noch ein Paar mitnehmen würde. Das ist noch etwas stets. Ich bin ja auch, das ist noch ein Paar mitnehmen, und ich bin ja auch nicht mehr als Geschenk. Und das ist noch eine Zeit, da der Duft Geist, in der Duft Geist für die Zeit, wie ich noch eine neue Tür gehen habe. Und dann sage ich Sie, dass ich da. Und ich bin ja auch gleich. Ich bin ja auch nicht mehr Zeit. Vielen Dank.